Unfallflucht mit Folgen. Der Lüdenscheider, der gestern Abend nach einem von ihm verursachten Unfall geflüchtet war, wurde zunächst einmal in Haft genommen. Wie die Polizei heute mitteilte, wurden in seinem 5er BMW Kombi 5 Tütchen Heroin, eine größere Bargeldsumme sowie mehrere Mobiltelefone gefunden. Kurz nach dem Auffahrunfall war der Fahrer von der Polizei in der Ringstraße gestellt worden. Auf der Wache wurde dem 31-Jährigen eine Blutprobe entnommen, um festzustellen, ob er die Betäubungsmittel auch selbst konsumiert hatte. Bereits am Vormittag hat es in Lüdenscheid auf dem Parkplatz des Geschwister-Scholl-Gymnasiums einen Unfall mit Flucht gegeben. Auch dort war offensichtlich ein schwarzer BMW im Spiel. Die Polizei ermittelt jetzt, ob auch für diesen Unfall mit Flucht der 31-jährige BMW-Fahrer in Frage kommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017